Sie kamen mit einem Buch von Trash. Das ist alles, das ist ein Buch von Trash. Lies, Lies und mehr Lies. Und Lies am Top von Lies. Aretha Franklin, die oft als Queen of Soul bezeichnet wird, beeindruckte die Welt mit ihrem erstaunlichen Können, das sie in Songs wie Respekt brillant unter Beweis stellte. Andererseits kursierte unter der Oberfläche ihres Triumphs immer wieder ein beängstigendes Gerücht. Wissen Sie, ob Aretha jemals ein Kind mit ihrem tatsächlichen Vater hatte? Wenn wir uns näher mit dem Leben dieser legendären Sängerin befassen, werden wir die schreckliche Wahrheit ans Licht bringen, die nach ihrem Tod ans Tageslicht kam, einschließlich eines Wunsches, den sie vor ihrem Tod hatte und der nie erfüllt wurde. Während Sie diesen Film sehen, nehmen wir sie mit auf eine Reise in die obskursten Teile von Aretha Franklins Hintergrund. Bevor wir jedoch auf die Forderung eingehen, sollten wir uns einen Moment Zeit nehmen, um Arethas Kindheit und das Aussehen ihrer Familie zu erörtern. Aretha Franklins frühes Leben und Familiendynamik. Die Geburt von Aretha Louise Franklin fand am 25. März 1942 in Memphis, Tennessee statt. Sie wurde auf die Welt gebracht. Barbara Lavon und Clarence Lavon Franklin waren ihre Eltern. Ihr Nachname war Franklin. Ihre Mutter war eine talentierte Pianistin und Sängerin und ihr Vater war ein bekannter Baptistenpastor und Redner. Beide Elternteile waren hervorragende Musiker. Ihre Mutter war eine hervorragende Pianistin und ihr Vater liebte es zu singen. Als Aretha Franklin gerade zwei Jahre alt war, zog ihre Familie nach Buffalo, New York. Als sie fünf Jahre alt war, war C.L. Franklin bereits Pastor der New Bethel Baptist Church in Detroit, Michigan geworden. Sie hatten sich bereits in der Stadt etabliert. Aretha Franklin diente der Gemeinde der Kirche als Pastorin. Da C.L. Franklin seiner Frau während ihrer gesamten Ehe untreu war, wurde die Ehe der Franklins alles andere als perfekt. Obwohl er sich ganz seinen christlichen Ansichten verschrieben hatte, konnte Reverend C.L. Franklin die Schwangerschaft einer jungen Frau in seiner Kirche herbeiführen, wie es in seiner Biografie mit dem Titel Singing in a Strange Land heißt. Barbara, Arethas Mutter, wurde mit Vaughn schwanger, der der Sohn eines anderen Mannes war und zufällig auch Arethas Schwester war, während all dies geschah. Vaughn war der Sohn eines anderen Mannes. Die Belastung ihrer Beziehung erreichte 1948, als Aretha erst sechs Jahre alt war, einen Punkt, an dem sie nicht mehr kontrolliert werden konnte. Als Barbara beschloss, nach Buffalo, New York umzuziehen, nahm sie Vaughn mit. Diese Entscheidung brachte ihr Leben völlig aus dem Gleichgewicht. C.L. und ihre Kinder blieben jedoch zurück, da sie sie im Stich ließ. Arethas Schwester Irma gab zu, dass die Beziehung ihrer Eltern turbulent war und dass ihr Vater sehr jähzornig war. Sie erinnerte sich auch an die Ängste, die sie alle zur gleichen Zeit empfanden. Die Tatsache, dass ihr Vater ein schreckliches Temperament hatte, war eine weitere Sache, die sie sagte. Darüber hinaus erzählte sie, dass sie sich des Rufs ihres Vaters als Frauenheld sehr wohl bewusst waren, da sie gesehen hatten, wie die Frauen in der Kirche auf ihn zustürmten. Dies sei ihnen aufgefallen, sagte sie. Aretha selbst äußerte sich in einem Interview mit dem National Public Radio im Jahr 2018 zu ihrem Bewusstsein für das Verhalten ihres Vaters. Sie fügte hinzu, dass sie, als sie jünger waren, sehen konnten, wie Frauen ihn aggressiv verfolgten, insbesondere als er noch Single war. Sie sagte, dass dies vor allem dann geschah, wenn er alleinstehend war. Sie erzählte, dass es Situationen gab, in denen sie Frauen sahen, die in der ersten Reihe saßen und ihre Röcke etwas hoch und kurz trugen, was ein Zeichen dafür war, dass sie an ihm interessiert waren. Das sei ein Zeichen dafür, dass sie an ihm interessiert seien, sagte sie. Die kleine Aretha, die eine sehr enge Bindung zu ihrer Mutter hatte, war von diesem Schritt, der sie damals stark beeinflusste, zutiefst betroffen. Nach Aussage von Arethas Bruder Cecil, der ihr die Nachricht überbrachte, hat die Trennung Arethas zerbrechliches Herz verletzt. Carolyn, Arethas Schwester, sagte, die Versetzung ihrer Mutter habe Aretha mehr beeinflusst als alle anderen. Ich schließe mich dieser Einschätzung an. Aretha war ein kleines Mädchen, das von ihrer Mutter als eher schüchtern und unnahbar beschrieben wurde und das wegen ihr sehr an ihrer Mutter hing. Nach Aussage von Carolyn, die sagte, dass sie und Aretha sich ein Zimmer teilten, sah man Aretha oft tagelang weinen. Carolyn sagte auch, dass sie Aretha weinen sah, nachdem ihre Mutter weggegangen war. Außerdem sagte Carolyn, dass sie bei beiden Ereignissen selbst anwesend war. Als Aretha gerade zehn Jahre alt war, ereignete sich ein weiteres tragisches Ereignis. Ein plötzlicher Herzinfarkt nahm das Leben ihrer Mutter Barbara, die völlig unerwartet starb. In ihrer Autobiografie From These Roots reflektierte Aretha über das Leiden und sagte, dass sie nicht in der Lage sei, es zu beschreiben und dass sie es auch nicht versuchen würde. Sie erklärte auch, dass sie es nicht versuchen würde. Sie erinnerte sich daran, dass sie nach der Beerdigung ihrer Mutter nach Hause zurückgekehrt war und längere Zeit in Tränen ausbrach. Nach Barbaras Tod arbeiteten mehrere Personen wie Arethas Großmutter Rachel und die Gospelsängerin Mahalia Jackson zusammen, um den Franklin-Kindern, die in ihrer Obhut waren, zu helfen. Aretha besuchte in dieser Zeit eine öffentliche Schule in Detroit. Ihren Highschool-Abschluss an der Northern Highschool brach sie jedoch zwischen dem zweiten und dritten Jahr ab. Arethas Vater ermutigte sie schon in jungen Jahren, einen Beruf als Sängerin anzustreben, trotz der Schwierigkeiten, die sie auf ihrem Weg dorthin hatte. Bereits im Alter von zehn Jahren sah sie sich auf dem Höhepunkt ihrer Karriere als Gospelsängerin. Während sie in der Kirche auftrat, setzte er sie auf einen Stuhl, damit sie von den Kirchenbänken ausgesehen werden konnte. Bereits als Teenager trat Aretha dem Jugendchor bei. Der Chor begleitete ihren Vater bei seinen zahlreichen Auftritten und Aretha war Mitglied des Chors. Sam Cooke, der Hauptsänger der Soulstirers, kam mit den Franklins in Kontakt, als sie in Kalifornien Urlaub machten. Cooke war derjenige, der die Franklins mit dem Soulstirers-Song bekannt machte. Die Tatsache, dass die junge Aretha erleben konnte, wie Sam Cooke den Übergang von der Gospelmusik zur weltlichen Popmusik meisterte, hatte einen großen Einfluss auf sie und trug dazu bei, den Grundstein für ihre eigene Zukunft in der Musikindustrie zu legen. Arethas Vater Nehmen wir uns eine Minute Zeit, um die Person, um die es hier geht, näher zu betrachten, bevor wir mit unserer Untersuchung der Möglichkeit fortfahren, dass Aretha ein Kind mit ihrem Vater austrägt. Trotz seines falschen Namens war Clarence Lavant Franklin eine bemerkenswerte Persönlichkeit. Er war am besten unter seinem Künstlernamen C.L. Franklin bekannt. Es gab auch eine berühmte Person, die Aretha Franklins Vater war. Schon in jungen Jahren traten Probleme in seinem Leben auf, die ihn sein Leben lang begleiteten. Clarence Lavant Walker wurde in Mississippi als Sohn von Willie und Rachel Walker geboren, die Farmpächter waren. In seiner Geburtsurkunde wurde er nach seinem Vater benannt. Nach seiner Rückkehr aus dem Ersten Weltkrieg im Jahr 1919 erinnerte sich C.L. später daran, dass das Einzige, was sein Vater je für ihn getan hatte, war, ihm beizubringen, wie man salutiert. Das war das Einzige, was sein Vater je für ihn getan hat. Zu diesem Zeitpunkt war noch nichts weiter geschehen. Die Tatsache, dass Willie die Familie verließ, als C.L. gerade vier Jahre alt war, ermöglichte es Rachel Henry Franklin im folgenden Jahr erneut zu heiraten. Die Familie Franklin nahm schließlich den Nachnamen von Henry Franklin an. Es gab kein anderes Kind im Haushalt als C.L. trotz der Herausforderungen, die er im Laufe seines Lebens zu bewältigen hatte, konnte C.L. Franklin schon in jungen Jahren seine Berufung erkennen. Dies gelang ihm durch seine schriftstellerische Tätigkeit. Nachdem er seine Karriere als Prediger bei I. den Schwarzen Wanderpredigern begonnen hatte, ließ er sich schließlich in der New Salem Baptist Church in Memphis, Tennessee nieder. Er war lange Zeit Mitglied dieser Kirche. Im Alter von nur 16 Jahren ließ er sich als Prediger nieder und begann seinen Beruf. In dieser Funktion blieb er bis Mai 1944, als er nach Buffalo, New York zog, um eine Stelle als Pastor der Friendship Baptist Church anzutreten. In dieser Funktion blieb er bis zu diesem Zeitpunkt tätig. Im Juni 1946 wurde er zum Pastor an der New Bethel Baptist Church in Detroit ernannt. Zu dieser Zeit begann sein Ruf zu wachsen und er wuchs in den späten 1940er und 1950er Jahren weiter an. Sein Ruhm wuchs während des gesamten Jahrzehnts weiter an. Überall auf der Welt gab es eine große Nachfrage nach den Vorträgen, die C.L. Franklin gehalten hatte. Er wurde als der Mann mit der Stimme von einer Million Dollar bezeichnet. Obwohl er weiterhin als Pastor in New Bethel tätig war, ging er auf eine Predigtournee durch das ganze Land. Eine beträchtliche Anzahl seiner Predigten wurde aufgezeichnet und von dem Label JVB, das Johann Bethel gehört, veröffentlicht. Außerdem wurden seine Beerdigungsgottesdienste sonntags im Radio übertragen, was seine Zuhörerschaft vergrößerte und seinen Einfluss in der Gemeinde verstärkte. In dieser Zeit konnte C.L. exorbitante Honorare für seine öffentlichen Auftritte verlangen, die bis zu 4.000 Dollar pro Auftritt betragen konnten. Selbst zu jener Zeit war dies eine beträchtliche Summe. Es ist anzunehmen, dass diese beiden Vorträge zu den bekanntesten aller Zeiten gehören. Um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, wurde die erste Predigt im Jahr 2011 in das National Recording Registry der Library of Congress aufgenommen, was ihren Status als historischer Bezugspunkt weiterfestigt. C.L. wurde nicht nur für seine außergewöhnlichen rednerischen Fähigkeiten gelobt, sondern auch für seine Gesangsstimme und seine Beherrschung des Whooping, einer traditionellen musikalischen Predigtmethode, die in der Black Baptist Church häufig angewandt wird. Darüber hinaus war sein Ruf nicht unumstritten, wie der Versuch William Branhams zeigt, C.L.'s Zuhörerschaft und Einfluss einzuschränken, in dem er seine berühmte Rede »The Eagle stirreth her nest« als seine eigene Schöpfung ausgab und sie weißen Zuhörern so präsentierte, als sei sie seine eigene Schöpfung. Ziel dieser Maßnahme war es, C.L. Es Zuhörerschaft und Einfluss so weit wie möglich einzuschränken. C.L. Franklin war für sein einnehmendes Auftreten und seine überzeugenden Vorträge bekannt. Doch sein Privatleben war alles andere als vorbildlich. Er war für seine kraftvollen Vorträge und seine fesselnde Persönlichkeit bekannt. Sogar der berühmte unkontrollierte Sänger Ray Charles soll von den wilden Ereignissen, die sich in seiner Kirche zugetragen haben sollen, überrascht gewesen sein. Diese Vorfälle sollen sich in dieser Kirche zugetragen haben. Er machte die Bemerkung, dass die Menschenmenge in der Kirche noch unkontrollierter sei als er selbst, was angesichts des zügellosen Lebensstils, den er zu dieser Zeit genoss, eine ziemliche Aussage war. Charles machte diese Beobachtung. Diese Behauptungen wurden von dem R&B und Gospelsänger Billy Preston unterstützt, der erklärte, dass in der Kirche alles in Ordnung sei und dass ein großer Teil der Musik von homosexuellen Männern komponiert worden sei, obwohl diese außerhalb des Viertels, in dem sich die Kirche befand, als Weicheier bezeichnet wurden. Prestons Aussagen zeigten, dass die Kirche ein sicherer Ort für homosexuelle Männer war, an dem sie ihre Religion ausüben konnten. Es war auch so, dass C.L. Franklins Ehen und Beziehungen Gegenstand zahlreicher Streitigkeiten waren. Am 16. Oktober 1934, als er gerade 18 Jahre alt war, heiratete er Alene Gaines, die später seine erste Frau werden sollte. Doch schon Anfang 1936 war die Ehe zu Ende. Wie sie aufgelöst wurde, ist allerdings noch unklar. Am 3. Juni 1936, nach nur wenigen Monaten Beziehung, heiratete er die Gospelsängerin Barbara Siggers. Das Paar hatte nach der Heirat vier gemeinsame Kinder. Laut seinem Biografen Nick Salvatore war C.L. auch der Vater eines Mädchens namens Carol Ellen Kelly, das von ihm und Mildred Jennings, einem Mitglied seiner Kirche, das damals zwölf Jahre alt war, geboren wurde. Etwas Ähnliches geschah, als er in der New Salem Baptist Church in Memphis diente. C.L. nahm Vaughn auf, Barbaras Sohn, der aus einer früheren Beziehung der beiden hervorging. Nachdem das Paar den Bund der Ehe geschlossen hatte, verging nicht viel Zeit, bis die Adoption stattfand. Nachdem sich C.L. und Barbara 1951 getrennt hatten, erfuhr Vaughn nicht, dass C.L. nicht sein biologischer Vater war. Vaughn war sich dieser Tatsache bis 1951 nicht bewusst. Diese Information ließ Vaughn in völligem Unglauben zurück. Barbara erlitt 1952 im Alter von 34 Jahren einen Herzinfarkt, an dessen Folgen sie verstarb. Nach dem Gesetz hat sich das Paar nie scheiden lassen. Zu ihrer Beerdigung erschien C.L. nicht, was für alle völlig überraschend war. In den 1950er und 1960er Jahren war C.L. Franklin ein aktiver Teilnehmer an der Bürgerrechtsbewegung. Er setzte sich für die Beendigung der diskriminierenden Praktiken ein, die sich gegen schwarze Mitglieder der United Auto Workers in Detroit richteten. Franklin gelang dies, obwohl er eine Reihe von persönlichen Schwächen hatte. Im Juni 1963 war er nicht nur ein Freund und Unterstützer von Martin Luther King Jr., sondern er nahm auch an dem Freiheitsmarsch teil, den Dr. King auf der Woodward Avenue in Detroit anführte. Am 10. Juni 1979 nahm das Leben von C.L. Franklin eine schreckliche Wendung, als er bei einem versuchten Raubüberfall in seinem Haus in Detroit zweimal aus nächster Nähe erschossen wurde. Der Vorfall ereignete sich bei dem Versuch, ihn auszurauben. Der Vorfall ereignete sich bei dem Versuch, ihn auszurauben. Nachdem er in ein Koma gefallen war, verlor er das Bewusstsein und blieb in den folgenden fünf Jahren im Koma, nachdem er das Bewusstsein verloren hatte. Ungefähr sechs Monate nach der Schießerei brachten ihn seine Töchter zurück in sein Haus, wo er bis Mitte 1984 rund um die Uhr gepflegt wurde. Seine Töchter waren für seine Verlegung verantwortlich. Das New Light Nursing Home in Detroit war der Ort, an dem C.L. Franklin am 27. Juli 1984 im Alter von 69 Jahren verstarb. Dies war der letzte Tag in seinem Leben. In Bezug auf das fragwürdige Verhalten, das C.L. Franklin umgab, war Aretha Franklin, die C.L. Franklins eigene Tochter war, Gegenstand von Gerüchten, die sich verbreiteten. Obwohl sie schwanger wurde, als sie noch ein Teenager war, gab es in Detroit viele Spekulationen über die Möglichkeit, dass ihr Vater der Vater ihres Kindes war. Es ist wahrscheinlich, dass Arethas eigene Probleme mit Beziehungen und Intimität während ihres Lebens durch das Umfeld des Holy Ghost Musikmachens und des erwachsenen Lebensstils, den C.L. förderte, beeinflusst wurden. Das ist eine Überlegung wert. Hinzu kam, dass Aretha sich Sorgen machte, weil ihre Mutter Barbara sie aufgrund von C.L.s Promiskuität verlassen hatte. Die Behauptungen über die Vaterschaft. Seit Jahrzehnten kursieren Spekulationen und Gerüchte über die Möglichkeit, dass Aretha Franklin neben ihrem eigenen Vater auch der Vater eines Kindes ist. Arethas erstgeborener Sohn Clarence, der geboren wurde, als sie erst zwölf Jahre alt war, steht im Mittelpunkt dieses Streits. Clarence wurde geboren, als Aretha erst zwölf Jahre alt war. Es gab Gerüchte, dass Aretha Franklin der Vater des Kindes gewesen sein könnte und die Tatsache, dass sie ihr Kind nach ihrem Vater, dem bekannten Pastor C.L. Franklin, benannt hat, hat diese Theorie nur weiter genährt. Aretha selbst hat sich nie öffentlich zur Identität von Clarence' Vater geäußert, so dass Gerüchte und Mutmaßungen die Lücke füllen, die sie hinterlassen hat. Aretha Franklins Bruder und Manager, Cecil Franklin, gab in einem Gespräch mit David Ritz, dem Autor von Aretha Williams' Biografie, einen Einblick in die Situation. Der Vater war nur ein Schulkamerad von Aretha, jemand, den sie kannte, der sie aber nicht sonderlich interessierte, und Cecil bezweifelte, dass der junge Mann auch nur ein nennenswertes Interesse an ihr hatte. Arethas Verständnis der Situation beruhte auf Cecils Interpretation. Arethas eigene Version der Schwangerschaft, die in ihrem Buch From These Roots veröffentlicht wurde, spielte die Umstände der Schwangerschaft herunter und beschrieb sie als unauffällig. Dieser Eindruck wurde von Cecil untermauert, der sagte, dass ihr Vater über die Umstände nicht sehr verärgert war. Vielmehr schien er sich der Tatsache bewusst zu sein, dass solche Missgeschicke vorkommen, und er nutzte die Gelegenheit, seine Kinder zu versammeln und sie vor den Folgen sexuellen Verhaltens zu warnen. Nur wenige Jahre später entdeckte Aretha, dass sie im Alter von 15 Jahren erneut schwanger war. In einem handschriftlichen Testament, das nach ihrem Tod im Jahr 2019 gefunden wurde, gab sie bekannt, dass der Vater ein gewisser Edward Jordan war. Am 31. August 1957 brachte sie ihr zweites Kind, Edward Derone Franklin, zur Welt. Sie nannte ihn nach seinem Vater, der ebenfalls Franklin hieß. In dem von Aretha geschriebenen Buch heißt es, dass ihr Vater ihrer zweiten Schwangerschaft gegenüber ähnlich tolerant war. Ihr Bruder Cecil gab jedoch im Gespräch mit Ritz ein anderes Bild ab, als es in der Biografie dargestellt wird. Er gab an, dass ihr Vater nicht im geringsten mit den Umständen zufrieden war und er ließ seine Unzufriedenheit deutlich erkennen. Aretha zog es vor, keine Interviews zu geben, in denen sie über ihre frühen Schwangerschaften sprach und sie behielt während ihrer gesamten Karriere eine wortkarge Haltung zu diesem Thema bei. In der Zeit, in der sie ihren Beruf als Sängerin ausübte und Zeit mit ihren Freunden verbrachte, war sie bei der Erziehung ihrer Kinder auf die Hilfe ihrer Großmutter Rachel und ihrer Schwester Irma angewiesen. Trotz der Schwierigkeiten, die Mutterschaft und ihre Karriere unter einen Hut zu bringen, besuchte Aretha ihre Kinder häufig. Zwei Ehen, die beide mit einer Scheidung endeten, prägten Arethas Liebesleben. Im Jahr 1961, als sie gerade 18 Jahre alt war, heiratete sie Ted White, der ihr erster Ehemann werden sollte. Interessanterweise lernte Aretha White auf einer Party kennen, die 1954 BA ihr Zuhause stattfand, also lange vor ihrer Hochzeit. Ihre Ehe war keineswegs wie ein Märchen, was eine große Enttäuschung ist. Die Ehe zwischen Aretha und White war von häuslicher Gewalt geprägt, was zu einer spannungsgeladenen Beziehung führte. Arethas Bruder Cecil erklärte, dass White ein aggressiver Mensch war, dessen rücksichtsloses Verhalten im Laufe der Beziehung immer schlimmer wurde. Cecil stellte fest, dass selbst wenn Aretha ihr berühmtes Lied Respect sang, dies keinen großen Einfluss auf Whites Verhaltensmuster zu haben schien. Er nahm keine Rücksicht auf die anderen, die seine Gewaltausbrüche beobachteten und misshandelte Aretha weiterhin regelmäßig körperlich. Es heißt, dass Aretha zum Alkohol griff, um mit dem Kummer umzugehen, den sie in ihrer immer schwieriger werdenden Ehe erlebte. Ruth Bowen, Arethas Vertreterin, war von dieser unerwarteten Enthüllung überrascht. Ihr war aufgefallen, dass Aretha sich vor Konzerten zu betrinken pflegte und sie war von diesem Geständnis überrascht. Diese Angewohnheit habe Arethas Gesangskünste in keiner Weise verbessert, so Bowen, die diese Beobachtung machte. Andererseits war Aretha stark in der Verleugnung verwurzelt und weigerte sich anzuerkennen, dass sie ein Alkoholproblem hatte. Obwohl Aretha eine Reihe von Stürzen, Tickets und Auftritten hatte, die infolge ihres Rausches unter dem Standard lagen, wurde sie aufgrund ihres enormen Talents oft vor Kritik geschützt. Ihre Stimme war den meisten anderen Sängerinnen und Sängern so überlegen, dass es vielen Menschen schwer fiel, zu erkennen, dass mit ihr etwas nicht stimmte, selbst wenn sie unter Alkohol oder Drogeneinfluss stand. Der Kampf, den Aretha gegen den Alkohol führte, war ein privater Kampf, den sie in der Öffentlichkeit nie wahrnahm. Aretha entschied sich, ihre persönlichen Kämpfe vor der Öffentlichkeit zu verbergen, im Gegensatz zu den meisten anderen prominenten Persönlichkeiten, die das Mitgefühl und die Unterstützung ihrer Anhänger auf sich gezogen haben, indem sie offen über die Schwierigkeiten in ihrem Leben sprachen. Aretha ließ sich schließlich 1969 von White scheiden, nachdem sie die Qualen ihrer unglücklichen Ehe viele Jahre lang ertragen hatte. Sie hatte den Punkt erreicht, an dem sie sich 1968 endgültig von White trennte. Dieses Ereignis stellte einen Wendepunkt in ihrem Leben dar, da sie versuchte, aus dem Kreislauf der Gewalt auszubrechen und ihre Freiheit wieder zu erlangen. Arethas zweite Ehe, die am 11. April 1978 stattfand, war die mit dem Schauspieler Glyn Thurman. Die Zeremonie fand in der Kirche statt, die auch ihr Vater besucht hatte. Durch die Heirat mit Thurman vergrößerte sich Arethas Familie und sie übernahm mehr Verpflichtungen, was dazu führte, dass sie Stiefmutter seiner drei Kinder wurde. Ihre Ehe hielt jedoch nicht lange. Das Paar trennte sich 1982, nachdem Aretha aus Kalifornien nach Michigan zurückgekehrt war. Das Paar ließ sich schließlich 1984 scheiden. Abgesehen von den Ehen, die sie führte, war Arethas Familie ein wichtiger Faktor in ihrem Leben und in ihrem Beruf. Arethas Schwestern, Irma und Carolyn, waren nicht nur brillante Musikerinnen, sondern wirkten im Laufe ihrer Karriere auch als Background-Sängerinnen, B.I. einer Reihe ihrer Platten mit. Die tiefe Verbundenheit innerhalb der Familie Franklin und ihre gemeinsame Liebe zur Musik zeigte sich in den musikalischen Kooperationen, an denen sie teilnahm. Der Job von Arethas Manager wurde von ihrem Bruder Cecil übernommen, als ihre Ehe mit Ted White geschieden wurde. Cecil blieb in dieser Funktion bis zu seinem tragischen Tod durch eine Lungenkrankheit am 26. Dezember 1989. Außerdem verstarb Arethas Schwester Carolyn im April 1988 an Brustkrebs und ihre älteste Schwester Irma im September 2002 an Kehlkopfkrebs. Beide Todesfälle waren tragisch. In der Zeit, in der Aretha mit dem Verlust ihrer geliebten Brüder zurechtkommen musste, forderten diese Verluste ihren Tribut. Arethas Familiengeschichte wurde noch komplizierter, als sich herausstellte, dass ihre Halbschwester Carol Ellen Kelly die Tochter ihres Vaters C.L. Franklin und eines Mitglieds seiner Kirche namens Mildred Jennings war, die damals zwölf Jahre alt war. Die persönlichen und beruflichen Kontakte, die Aretha unterhielt, gaben ihr Trost trotz der Schwierigkeiten und Verluste, die sie zu ertragen hatte. Willie Wilkerson, ein Feuerwehrmann aus Detroit, der im Vietnamkrieg gedient hatte und ihr ein enger Freund und Vertrauter wurde, war ein wichtiger Einfluss in ihrem Leben. Wilkerson unterstützte Aretha nicht nur in ihren beruflichen Bemühungen, sondern kümmerte sich auch um sie, als sie krank war, was die Tiefe ihrer Beziehung verdeutlicht. Im Jahr 2012 kündigte Aretha an, dass sie Wilkerson heiraten wolle. Die Verlobung wurde jedoch aus Gründen, die nicht bekannt gegeben wurden, schnell wieder aufgelöst. Die Freundschaften, die Aretha im Musikgeschäft pflegte, waren ebenfalls sehr wichtig. Sie hatte enge Beziehungen zu mehreren Musikern, darunter Dionne Warwick, Mavis Staples und Sissy Houston, die alle als Mitglieder der Sweet Inspirations mit Aretha zu singen begannen. Einige dieser Musiker standen ihr auch nahe. Sissy Houston steuerte nicht nur die Backing-Vocals zu Arethas hit Ain't No Way Bye, sondern tat dies auch selbst, was den Geist der Zusammenarbeit unter diesen außergewöhnlich begabten Frauen verdeutlicht. Die Freundschaft, die Aretha mit Sissy Houston verbannt, erstreckte sich auch auf Whitney Houston, die ebenfalls zur Houston-Familie gehörte. In den frühen 1970er Jahren begegnete Aretha Whitney zum ersten Mal. Damals wurde sie zu Whitney's Ehrentante ernannt, eine Position, die sie sehr schätzte. Die enge Verbindung zwischen Whitney und Aretha wurde dadurch unterstrichen, dass Whitney Aretha liebevoll Auntie Rhee nannte. Aretha musste ihre Absicht, B.I. Whitney's Gedenkfeier im Jahr 2012 zu singen, aufgrund eines Beinkrampfs aufgeben, was besonders bedauerlich war, da Whitney 2012 verstorben war. Späteres Leben Wenn wir unsere Nachforschungen über die Wahrheit über Aretha Franklin fortsetzen, wollen wir uns nun auf ihre letzten Jahre und die Schwierigkeiten konzentrieren, denen sie sowohl in ihrem privaten als auch in ihrem beruflichen Leben begegnete. Bei der feierlichen Amtseinführung von Präsident Barack Obama am 20. Januar 2009 sang Aretha den Song My Country, Tiss of Thee, der weltweit für Aufsehen sorgte. Aufgrund ihres atemberaubenden Auftritts und des markanten Kirchenhuts, den sie trug, wurde sie schnell zu einem beliebten Gesprächsthema im Internet, was ihre Position als kulturelle Ikone weiter festigte. In Anerkennung der bedeutenden Leistungen, die Aretha in den Bereichen Musik und Kunst erbracht hatte, verlieh ihr die Universität Yale im darauffolgenden Jahr 2010 die Ehrendoktorwürde. Bei den Kennedy Center Honors, die im Dezember 2015 stattfanden, begeisterte sie erneut die Zuhörer mit ihrer großartigen Darbietung des Songs You Make Me Feel Like a Natural Woman. Sie zollte damit Carole King Respect, die zu den Geehrten gehörte und an der Komposition des Songs beteiligt war. Dennoch litt Aretha ihr ganzes Leben lang unter einer tiefsitzenden Unsicherheit und einem geringen Selbstwertgefühl, obwohl sie weiterhin erfolgreich war und Auszeichnungen erhielt. Der Neid, den sie gegenüber anderen Sängerinnen wie Roberta Fleck, Barbara Streisand, Gladys Knight, Diana Warwick, Diana Ross und Natalie Cole empfand, war eine häufige Manifestation ihrer Gefühle der Unzulänglichkeit. Arethas Schwester Carolyn kommentierte, Diese Selbstzweifel plagten Aretha und wirkten sich auf ihre Beziehungen zu ihren Zeitgenossen aus und gab damit einen Einblick in die Gründe für diese Sorgen und verdeutlichte den Zusammenhang zwischen beiden. Aretha gab 1989 eine pointierte Erklärung ab, nachdem sie ein Duett mit Whitney Houston in dem Lied It Isn't, It Wasn't, It Ain't Never Gonna Be aufgeführt hatte. In ihrem Kommentar ging Aretha auf den Wettbewerb im Musikgeschäft ein, aber auch auf ihre Entschlossenheit, ihrem Ruf als Queen of Soul weiterhin gerecht zu werden. Selbst in ihren letzten Lebensjahren verteidigte Aretha standhaft ihr Ansehen und das Erbe, das sie hinterlassen hatte. Als Beyoncé bei der Grammy-Verleihung 2008 Tina Turner den Titel der Königin überreichte, hielt Aretha ihre Gedanken dazu nicht zurück. Andererseits fügte sie hinzu, Trotzdem habe ich es als billigen Versuch einer Kontroverse missachtet. Es war Arethas 2002 verstorbene Schwester Irma, die das komplizierte Verhältnis, das Aretha zu ihren weiblichen Zeitgenossen hatte, treffend zusammenfasste. Sie sagte, dass das Ziel darin bestand, die Konkurrenz auszuschalten. Zusätzlich zu der Konkurrenz, der sie in ihrem Berufsleben ausgesetzt war, hatte Aretha in ihren letzten Jahren auch mit großen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Im Laufe vieler Jahrzehnte kämpfte sie mit ihrem Gewicht und erlebte im Laufe ihrer Karriere immer wieder Gewichtsveränderungen. Mit einer sehr kalorienarmen Diät gelang es ihr, 1974 40 Pfund abzunehmen und sie konnte ihr neues Gewicht bis zum Ende des Jahrzehnts halten. In den frühen 1990er Jahren gelang es ihr jedoch, einen Teil des verlorenen Gewichts wiederzugewinnen. Darüber hinaus erschwerte Arethas Vorgeschichte als Raucherin und Alkoholikerin ihre gesundheitliche Situation erheblich. Sie sagte, dass sie in der Vergangenheit Kettenraucherin gewesen sei, aber sie gab die Gewohnheit schließlich 1992 auf, nachdem sie festgestellt hatte, dass ihre Stimme darunter zu leiden begann. Andererseits stellte Aretha fest, dass ihr Gewicht zunahm, als sie mit dem Rauchen aufhörte, was zusätzliche Probleme für ihre Gesundheit und ihr persönliches Wohlbefinden mit sich brachte. Bedenken hinsichtlich Arethas Gesundheit wurden laut, als sie sich 2010 einer Operation unterzog, um einen nicht identifizierten Tumor chirurgisch zu entfernen. Das Thema wurde von ihr 2011 angesprochen, als sie ihren Arzt zitierte, der ihr sagte, dass die Operation ihre Lebenserwartung um 15 bis 20 Jahre verlängern würde. Aretha wies die Behauptung, die Krankheit stehe im Zusammenhang mit Bauchspeicheldrüsenkrebs, entschieden zurück und versicherte ihren Anhängern, dass die Angelegenheit geklärt sei. Sie behauptete, sie habe sich keiner Operation zur Gewichtsreduzierung unterzogen, obwohl sie nach dem Eingriff eine beträchtliche Menge an Gewicht verloren hatte, nämlich 85 Pfund. Aretha blieb entschlossen, weiter zu singen und ihre Musik in die Welt hinaus zu tragen. Trotz der Schwierigkeiten, die sie mit ihrer Gesundheit hatte. Im Mai 2011 gab sie ein erfolgreiches Comeback im Chicago Theater. In den folgenden Jahren ging sie auf Tournee durch mehrere Städte und verzauberte das Publikum mit ihrer außergewöhnlichen Stimmgewalt. Trotzdem bereitete Arethas Gesundheit weiterhin Sorgen und sie sah sich 2013 gezwungen, eine Reihe von Auftritten wegen medizinischer Eingriffe, die nicht bekannt gegeben wurden, abzusagen. Obwohl sie in einem Interview sagte, sie sei auf wundersame Weise geheilt worden, sah sie ihrer Genesung weiterhin positiv entgegen. Sie räumte jedoch ein, dass sie ihrer Gesundheit Vorrang einräumen müsse, bevor sie mit voller Kraft auf die Bühne zurückkehren könne. Aretha traf die schmerzhafte Entscheidung, im Februar 2017 zu verkünden, dass 2017 ihr letztes Jahr auf Tournee sein wird. Sie tat dies, weil sie sich der Auswirkungen bewusst war, die ihre gesundheitlichen Probleme auf ihre Auftrittsfähigkeit gehabt hatten. Ursprünglich hatte sie geplant, 2018 einige Konzerte zu geben, aber nach Rücksprache mit ihrem Arzt entschied sie sich schließlich, diese Termine abzusagen. Gerüchten zufolge, die am 13. August 2018 aufkam, befand sich Aretha in ihrem Haus in Detroit in einem kritischen Zustand, wo sie von ihrer Familie und ihren Freunden umgeben war. Während der Zeit, in der sie in einem Hospiz betreut wurde, besuchten einige bekannte Persönlichkeiten wie Stevie Wander und Jesse Jackson sie an ihrem Sterbebett. Leider verstarb Aretha am 16. August 2018 im Alter von 76 Jahren. Nach weiteren Untersuchungen wurde festgestellt, dass Aretha an einem bösartigen neuroendokrinen Tumor der Bauchspeicheldrüse gestorben war, einer sehr seltenen Form von Bauchspeicheldrüsenkrebs. Eine überwältigende Anzahl von Prominenten und Politikern huldigte ihrem enormen Können und ihrem Vermächtnis, nachdem sie die Nachricht von ihrem Ableben gehört hatten, was die Unterhaltungsindustrie und den Rest der Welt in Erstaunen versetzte. Der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten, Barack Obama, der von Arethas Auftritt bei seiner Amtseinführung beeindruckt war, sagte, sie habe mit ihren Worten zur Definition der amerikanischen Erfahrung beigetragen. Al Sharpton, ein Geistlicher und Kämpfer für die Bürgerrechte, bezeichnete sie als eine Ikone der Humanität und der Bürgerrechte. Damit wollte er den bedeutenden Einfluss hervorheben, den sie nicht nur auf die Musikindustrie, sondern auch auf die Gesellschaft in der ganzen Welt hatte. Jasper Williams Jr., Mitglied der Salem Baptist Church in Atlanta, hielt die Trauerrede während der Beerdigungszeremonie, die im Einklang mit Arethas Anweisungen durchgeführt wurde. Die Trauerrede stieß jedoch auf Kritik, da sie einen politischen Charakter hatte und umstrittene Äußerungen enthielt. Vaughn, Arethas Neffe, zeigte sich bestürzt darüber, dass Williams seine Tante nicht angemessen gewünscht.